Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um Potenzen mit gleicher Basis potenzieren. Potenzieren bedeutet, dass eine Potenz potenziert wird. Das heißt, wenn zum Beispiel hier dran steht 3 hoch minus 1, ist das ja schon eine Potenz, aber die wird noch einmal potenziert, hoch 4. Die grünen hinterlegten Regeln, die habt ihr bereits kennengelernt und die gelben Kärtchen, die gehören jetzt zusammengefügt, denn immer zwei passen zusammen. Und welche das sind und mit welchen Regeln wir das herausfinden, das werde ich euch jetzt zeigen. Als erstes nehmen wir uns dieses Kärtchen 3 hoch 2 hoch 3. Die 3 hoch 2 ist quasi die Basis und dann haben wir einen neuen Exponenten. Eigentlich haben wir zwei Exponenten, aber diese Potenz wird als Basis gesehen, deswegen wird sie auch in Klammern gesetzt, dass die zuerst gerechnet werden muss. Und diese Potenz wird noch einmal potenziert, deswegen auch der Begriff potenzieren. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, woher können wir hier rauf finden, wie eine dieser Kärtchen hinzupasst. Wir wissen ja von den Potenzgesetzen, dass wir das, was in der Basis steht, eben als Multiplikation so oft schreiben können, wie es eben Exponenten drin steht. War jetzt kompliziert, ich zeige es euch einfach. 3 hoch 2 mal 3 hoch 2 mal 3 hoch 2, denn das, was zur Basis steht, wird quasi dreimal miteinander multipliziert. Und 3 hoch 2 mal 3 hoch 2 mal 3 hoch 2, das kennen wir doch von dieser Regel. Das ist 3 hoch 2 plus 2 plus 2. Also 3 hoch 6. Also haben wir schon die ersten Kärtchen zueinander gebracht. Und jetzt nehmen wir uns einfach das zweite Kärtchen her. 3 hoch 4, das wird wiederum potenziert mit der 2. Gleiches gilt hier. 3 hoch 4 mal 3 hoch 4. Und auch mit den Regeln, die wir aus dem ersten Video noch kennen. 3 hoch 4 plus 4. Das heißt, in diesem Fall ist das Ergebnis 3 hoch 8. Wir machen gerade so weiter. 3 hoch 3 hoch minus 2. Da müssen wir uns zwischendrin noch eine andere Regel berücksichtigen. Sobald wir einen negativen Exponenten haben, dürfen wir den als Bruch schreiben und dürfen dann aus dem Negativen einen positiven Exponenten machen, wenn eben diese Potenz dafür in den Nenner geht. Also, wir schauen uns das hier wieder an. Wir müssen ein 1 durchschreiben und dann wird aus dem hoch minus 2 ein hoch plus 2. Und den Plus können wir weglassen. 1 durch 3 hoch 3 hoch 2 bedeutet, dass es das gleiche ist wie 1 durch 3 hoch 3 mal 3 hoch 3. Also wieder diese Potenz ausgeschrieben. Und das ist nach den Regeln, die wir bereits kennen, 3 hoch 6. Oder insgesamt dann 1 durch 3 hoch 6. Und das wissen wir wieder von dieser Regel. Können wir rückwärts schreiben, indem wir das hier aus dem Nenner nehmen und dafür ein Minus davor setzen, dann erhalte ich das Ganze mit negativen Exponenten 3 hoch minus 6. Und die letzte Aufgabe. 3 hoch minus 1 hoch 4. Dieses Mal muss ich zunächst das, was in Klammern steht, umdrehen, also umformen. 1 Drittel hoch 4. Und jetzt steht nichts anderes dran als 1 Drittel mal 1 Drittel mal 1 Drittel mal 1 Drittel. 4 mal das Ganze. Und das kann ich natürlich auch so schreiben. 1 hoch 4 mal 3 hoch 4. Warum? 1 Drittel mal 1 Drittel mal 1 Drittel mal 1 Drittel ist im Zähler 1 mal 1 mal 1 mal 1. Und im Nenner 3 mal 3 mal 3 mal 3 mal 3. Mal 3. Einmal vergessen. Und das wiederum kann ich ja zusammenfassen. 1 hoch 4 ist 1. Also steht dran 1 durch 3 hoch 4. Und das wiederum kennen wir ja von dieser Regel. Kann ich wieder so aufschreiben, dass es mit einem negativen Exponenten geschrieben wird, sodass dieses Kärtchen 3 hoch minus 4 herauskommt. Nun versuchen wir natürlich wieder abzukürzen. Das heißt, wir wollen diesen Mittelteil hier weglassen und direkt auf das Ergebnis kommen. Wir machen das wieder so, wie beim ersten Video. Wie kommen wir von diesem Kärtchen direkt auf dieses Kärtchen? Klar ist, dass wir hier nicht 2 plus 3 rechnen, sondern 2 mal 3. Also die Basis bleibt 3 hoch 2 mal 3. Gibt eben unser 3 hoch 6. Auch hier haben wir das Gleiche. 3 hoch 4 hoch 2 ist das Gleiche wie 3 hoch 4 mal 2. Und das ergibt eben unser 3 hoch 8. Auch hier können wir uns den Mittelteil weglassen und das Rechnen 3 hoch 3 mal in Klammern minus 2. Da muss ich jetzt aufpassen, wenn ich diese Rechnung mache, dass ich Klammern setze, weil ich ja 2 Rechenzeichen hintereinander nicht stehen lassen darf. Aber jetzt gibt es eben direkt 3 hoch minus 6. Auch hier kann ich diesen Umrechnungsteil weglassen und kann direkt rechnen. 3 hoch minus 1 mal 4. Minus 1 in Klammern, damit hier das zueinander passt. Wobei ich es in dem Fall hätte auch weglassen können. Vor allem hinten ist es wichtig. Ich setze die Klammern immer, dann mache ich auf keinen Fall etwas falsch. Und das ergibt eben unser 3 hoch minus 4. Also wir können von diesem Kärtchen zu diesem Kärtchen mit den Rechenregeln kommen oder eine neue Regel aufstellen. a hoch m in Klammern hoch n, also das als Basis und das als Exponent, Potenzen potenzieren, ist das Gleiche wie a hoch m mal n. a ist Element q, das heißt hier darf ich alle Zahlen einsetzen und m und n ist Element der ganzen Zahlen. Heute haben wir also gelernt, wie man Potenzen potenziert. Das mit gleicher Basis hätten wir auch weglassen können, denn so wie es jetzt da steht, braucht es keine gleichen Basen. Das war nur zur Umrechnung notwendig. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß in der nächsten Mathematikstunde. Macht wie gewohnt daraus euren Hefteintrag und dann viel Erfolg. Tschüss!